Mit der zunehmenden Anzahl an Corona-Impfungen verliert der Richtwert der 7-Tage-Inzidenz in der Pandemie seine Aussagekraft. Bund und Länder suchen daher nach einer neuen Regelung. Zum Teil preschen die Länder bereits vor. In Baden-Württemberg soll der Inzidenzwert für Geimpfte, Genesene und Getestete ab der kommenden Woche keine Rolle mehr spielen.